Hi, Annika hier aus dem Customer Experience Team von Factorial. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Arbeitszeit mit Factorial erfassen können. Sie können Ihre Arbeitszeit über zwei verschiedene Abschnitte erfassen, zum einen über das Dashboard und zum anderen über den Abschnitt einstempeln. Das Dashboard öffnet sich immer automatisch, nachdem Sie sich in Ihr Factorial-Konto eingeloggt haben. Hier finden Sie oben links das Feld Einstempeln und über den roten Button einstempeln, können Sie Ihre Arbeitszeiterfassung dann starten. Hier sehen Sie jetzt, wie viele Stunden und Minuten Sie bereits gearbeitet haben. Wenn Sie dann beispielsweise gegen Mittag eine Pause beginnen möchten, können Sie auf den grauen Button Pause klicken. Damit wird die Arbeitszeiterfassung dann pausiert und die Pausenzeiterfassung beginnt. Auch hier sehen Sie, wie viele Stunden und Minuten Sie bereits eine Pause gemacht haben. Wenn Sie dann die Pause beenden möchten, können Sie auf Zurück zur Arbeit klicken. Damit wird die Pausenzeiterfassung gestoppt bzw. beendet und Ihre Arbeitszeiterfassung wird fortgesetzt. Wenn Sie sich dann am Ende eines Arbeitstags eben ausstempeln möchten, können Sie hier rechts auf den roten Button Ausstempeln klicken und damit wird Ihre Arbeitszeiterfassung gestoppt. Sie können sich innerhalb eines Tages so oft Sie wollen einstempeln, eine Pause beginnen und beenden und sich dann auch wieder ausstempeln. Ein ähnliches Feld wie dieses hier finden Sie auch unter dem Abschnitt Einstempeln. Hier sehen Sie das Feld hier rechts und alle Informationen auf dem Dashboard sind mit den Informationen hier rechts synchronisiert. Auch hier können Sie sich jederzeit einstempeln, dann eine Pause beginnen und beenden und sich dann auch wieder ausstempeln. Außerdem sehen Sie hier unter dem Abschnitt Einstempeln noch weitere Informationen zu Ihrer Zeiterfassung. Zunächst sehen Sie, dass Sie sich im aktuellen Monat Mai befinden und wenn Sie weiter nach unten scrollen, sehen Sie Ihre geleisteten Stunden und Ihren Stundensaldo. Außerdem sehen Sie, dass sich der Status aktuell in Bearbeitung befindet, was bedeutet, dass Sie diese Zeiterfassung eben auch manuell bearbeiten können. Sie können beispielsweise in ein Feld hinein klicken, die Schicht bearbeiten und dann auf Speichern klicken. Außerdem haben Sie auch die Möglichkeit, Schichten zu löschen. Das können Sie hier links über dieses Symbol tun. Wenn Sie darauf klicken, wird die Schicht entfernt. Hier oben rechts über das Plus können Sie für den Tag eine Schicht hinzufügen oder auch eine Pause hinzufügen. Außerdem können Sie auch manuelle Bemerkungen zu Ihren Schichten hinzufügen. Das tun Sie hier rechts über diese drei Punkte. Dann klicken Sie auf Bemerkungen hinzufügen, fügen Ihre Bemerkungen ein, wie beispielsweise das Projekt, an dem Sie innerhalb dieser Schicht gearbeitet haben und klicken dann auf Bemerkungen speichern. Die Bemerkungen sehen Sie dann hier in der Spalte Notizen. Wenn Sie nun weiter nach oben scrollen, können Sie hier auch zwischen den verschiedenen Monaten wechseln. Sie können beispielsweise in den Vormonat April gehen und sehen da, dass der Status ausstehend ist, da Ihr Vorgesetzter oder Ihre Vorgesetzte diesen Stundenzettel eben noch genehmigen müsste. Wenn wir jetzt einen Stundenzettel weiter zurückgehen in den März, sehen wir, dass der Status genehmigt ist, was bedeutet, dass Sie diesen Stundenzettel nicht mehr bearbeiten können, da Ihr Vorgesetzter oder Ihre Vorgesetzte diesen eben schon genehmigt hat. Ja, und das war es auch schon zur Zeiterfassung mit Factorial. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen einen guten Überblick gegeben. Schauen Sie bei weiteren Fragen gerne in unserem Help Center vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!